Wir bauen. Ja, ja, vergrößern die Insel gerade. Wieso eigentlich noch mehr? Weil die muss, damit es realistischer aussieht, muss die nach oben gehen. Und ich will da wirklich was riesiges hinbauen. Ach, dann bauen wir einfach. Ich finde es irgendwie so doof, dass die Netherportalen nicht richtig funktionieren. Wie meinst du? Das, egal von wo man herkommt, man kommt immer bei meinem raus. Ja, das ist normal. Du müsstest 1024 Blöcke weg sein. Nein, eigentlich nur 8. Nein, 1024 Blöcke. Ein Block im Nether sind 8 Blöcke in echt. Ja, du musst aber in der Oberwelt, musst du 1024 Blöcke weit weg sein. Im Nether ist es scheißegal. Also müssten wir im Nether ein zweites Portal bauen, um irgendwie woanders ein Portal hinzukriegen? Äh, wenn du Pech hast und es nicht weit weg, äh, weit, genug weit weg ist, dann ist es, äh, dann ist es, äh, dann ist es, äh, dann auch kombiniert mit dem alten Portal und du hast wieder dann die Reichweite, die halt beim zweiten Portal da kombiniert ist. Das heißt, dann müsstest du nochmal weiter weglaufen. Ja, ist ja voll doof. Äh, irgendwie sowas. Aber im Nether gibt es eh nichts mehr spektakuläres für mich. Ich habe schon, ich habe schon, äh, drei, vier Festungen, äh, durchforstet. Das war meine Diamantform. Ich habe da, äh, 16 Diamanten gefunden. Ach du Scheiße. Wo 16? Ja, so habe ich halt, äh, Diamanten gefunden. Oh, John ist unerfahrungern. John ist unerfahrungern. Oder, nein, ich glaube, der battelt sich mit Skeletten. Und die Schaden die ganze Zeit. Wenn nicht, hätte ich ihm Kartoffeln runtergeworfen. Oh, ich habe keinen. Doch, halt nicht. Stein? Ich habe noch. Doch, ich habe auch noch. Oh shit, ich muss der Stein brennen. Oh, da ist was gespawnt, was echt schön ist. Creeper? Nein. Skelett. Skelett. Ein Skelett? Oh mein Gott, es ist ein Skeleton. Wow. Also, ich will, weißt du was? Weißt du was? Ich packe all mein Zeug jetzt in die Ender-Chest. Oh no. Sneak mich zu denen durch. Und dann? Hast du einen Unsichtbarkeitstrank? Ich habe fünf. Kann ich zwei haben? Wie lange halten die? Acht Minuten. Dann gib mir einen, der reicht, Dicke. Oder gib mir mal zwei, dann kann ich einen in die Endertruhe packen. Dann mache ich die Sneak-Aktion. Wo bist du? Hier hinter dir. Hinter dir. Ich bin doch nicht unsichtbar hinter dir. Hast du schon alles weggepackt? Ja. Ich unterstütze immer gern solche Aktionen. Ich finde das lustig. Ich will einfach nur ein bisschen Trouble machen. Trouble in meinen Will? So in der Richtung, ja. Okay. Schwanger. Schwanger? Ich trinke den Trank aber jetzt noch nicht. Nee. Und ich werde... Ja? ... und den Unsichtbar-Katz-Trank los. Weil ich ganz ehrlich, ich will keinem Schaden machen. Ich will nur ein bisschen trollen. Oh. Aber... Was rechtlich gesehen ja kein Schaden ist. Das ist kein Schaden. Nö. Noch nicht. Die von hinten her schlagen. Er schlagen. Du weißt schon, dass es die PvP-Bros sind. Ich bin unsichtbar. Bitch. Ja und? Man sieht das trotzdem. Ja, das sieht man nicht. Ich bin unsichtbar, Bitch. Letztlich mal... Ich war mal bei Tiberius und der hat sofort gesehen. Aber wollte ich nur zu Kubi rübergehen, erste Effekt an mich zu schlagen, Alter. Ich musste voll wegrennen. Bitch. Ich glaube sogar im F5-Modus, da sehe ich nix außer die Rennspuren. Alter. Äh, Tiberius. Ja? Hätte ich doppelt so viel Redstone-Blöcke, könnte ich meine Insel einmal ummanteln. Alter. Ich habe anderthalb Stacks Redstone-Blöcke. Alter. Wieso? Wieso machst du sowas? Das sehen mich die Zombies, Alter. Ja, die sehen dich immer. Wieso? Das sind diese Schimmerdinger. Du musst auch ewig gucken, weißt du. Du darfst dich von Skeletten nicht treffen lassen, weil da fliegt sonst ein Pfeil rum. Ja. Wenn du was in der Hand hast, dann fliegt das Auge. Wieso können die mich aber sehen, wenn ich unsichtbar bin? Das ist ja voll unlogisch. Weil du, wenn du unsichtbar bist, solche komischen Blubbläschen um dich hast. Und die Blubbläschen reichen für die Zombies und die Creeper und die Skeletter und alles. Na, Zombies, Creepers. Trotzdem zu sehen. Das ist ja irgendwie unlogisch. Aber was ich demnächst machen werde, ist, ich werde einen Creeper oder solche Viecher unsichtbar machen und halt vorher noch zu Kubi und zu locken. So was finde ich lustig. So was finde ich lustig. Das ist einfach nur böse. Ja, die machen halt nur Schaden. Die machen ja nichts kaputt, zum Glück. Ja, das stimmt. Das ist natürlich der Vorteil. Weil sonst wäre es ja fast wie Griefing, obwohl es ja eigentlich kein Griefing ist. Die wollen ja nicht, dass ich in die Terrarium reingehe. Also gehe ich in die Terrarium rein und duck mich. Heißt das nicht Territorium? Äh, sieht man den Namen, wenn man unsichtbar ist? Nein. Autsch. Ah, halt, der hat so einen Mod drauf, wo der den Namen besser sieht. Man sieht unsichtbare Leute nicht. Im Allgemeinen nicht, selbst mit dem Modus-Mod. Man sieht die nicht. Ja, wenn er dich wegen dem Modus-Mod sieht, dann sollst du ihn gefälligst kicken. Ich kann das im Vergleich. Ja, dann soll Tiberius ihn kicken. Weil der soll den auf keinen Fall drin haben. Ich finde sowas asozial. Ja, stimmt, der einzigste Person, die zurzeit was kicken kann, ist Tiberius. Ja. Wir spielen auf dem neuen Server, der hat 6 Gigabyte. Oder, ne, wie viel hat der? Ja, 6 Gigabyte. Zu wenig für mich, also. 4 Gigabyte. Mehr Slots und läuft geiler. Ja, 4 Gigabyte. Ja. Jetzt können wir nicht durch die Welt rumlaufen und neu generieren lassen. Oh, denn das ist Robinburg. Also kann Pep wieder mitspielen. Das kann ich nicht garantieren. Ja, das würde ich auch nicht glauben, dass es richtig einwandfrei funzt. Das nimmt mich so viel, so viel Leistung. Ja. So. Shit, hier muss ich noch. Nächster Stein. Ah, ich freu mich schon, wenn ich jetzt, wenn ich fertig bin mit dem, mit dem Erhöhungsstil. Man regt mich Java auf. Wir ständig abstürzen. Alter, warum machst du nicht einfach deinen, deine Gigabyte-Dinger hoch? Es sind auch 4 gestellt, Alter. Ja, machst du halt höher. Reicht nicht aus. Ja, ich hab's. Es ist einfach, es liegt an Java. Welches nimmst du denn? 64 oder 32? Äh, 64. Da hättest du 32. Oder nee, bei Windows 8 kann man nur 32 installieren, das ist echt doof. What? Alles klar. So, mal gucken, wie lang hält der Scheiß noch. Boah, Alter. Ich mach kurz Licht an. Kleinen Moment. Licht an, rollen runter. Was? Kalle nutzt es. Ganz ehrlich, ich bin unsichtbar und der weiß, dass ich hier bin. Oder? Nein, halt, ich bin ja grad diskundet gehabt. Hast du's genommen? Ja, siehst du deinen Arm? Nein. Ja, woher sieht der dich dann? Alex? Keine Ahnung. Nee, ich bin, er hat grad diskundet, deswegen hat er gefasst. Ich bin in ihrem Terrarium. Territorium. Moment, wenn jetzt Kalle mich sieht und auf mich einschlägt, nutzt er Notus. Ja. Naja. Weil er mit gezücktem Schwert hier rumläuft. Ja, macht er immer. Ja, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du einfach rumläufst und er direkt auf dich zuläuft, dann weiß ich nicht. Also, weil ich denk mal nicht, dass Kalle Notus benutzt. Ja, du, ich kann nicht. Alter. Hast du wieder ein Disco gehabt, oder was? Ja, ihr habt Krieg, ne? Ja, ich weiß, aber ich muss nur, Moment, 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 Moment. Ich muss nur die drei Minuten hier stehen. Drei Minuten? Wieso drei Minuten? Das ist doch unsichtbar kein Trank weg. Und ich hab nur einen mitgenommen. Ja, wieso stehst du denn überhaupt da? Peil ich nicht. Weil er will. Okay. Steht halt drauf. Also bin ich nicht cool, wenn ich sowas nicht unterstütze? Was, wenn ich, was, wenn ich jetzt in den Chat reinschreiben würde? Alex ist bei euch und will euch trollen. Er hat TNT dabei. Kalle steht in mir drin! Du weißt, dass man das voll sieht, weil du Blubblästen um dich rum hast? Nein, ich stehe. Ich habe grad kein Wasser. Gleich ist er tot. Der steppt wirklich gleich, ja. Das ist so lustig. Vorsichtbarer Skin, ja klar. Entschuldigung. Entschuldigung, aber Kalle steht in mir drin. Ja, wir haben es verstanden. Und sieht mich nicht. Ah, das ist so geil. Entschuldigung. Ich glaube, ich weiß, wieso er in dir drin steht. Weil er dich sieht. Nein, weil hier, äh, muss wissen, unter dem, äh, ihrem Terrarium. Territorium. Nein, nein, Terrarium ist absichtlich so, weil hier unten ist ja diese kleine Unterwasser-Ding. Das ist der, ja, Terrarium. Ach, das heißt Aquarium. Das ist Terrarium. Das ist Aquarium, Terrarium. Ich habe Terrarium geschrieben. Haben wir nicht. Ähm, und der Witz ist der. Ich habe dich aber gefragt. Da sind immer wieder diese Luftspots. Immer wieder diese Luftspots. Und wenn jetzt Kalle hierherkommt und mich schlägt. Notus. Notus. Oder? Nein, weil es der nächste Wasserspot ist. Also du bist unter Wasser gerade. Ich bin unter Wasser und steh... Ja, er sieht mich. Oh, Mann. Wie tat ich daran, dass du voll die Blubbläst, die du nicht rum hast? Äh, nö. Irgendwie schon, ja. Das sieht man wirklich gut. Die Bär... Ich stand ja nicht im Wasser drin. Ich stand im Luftbläschen. Das sind deine Luftbläschen. Hat dich schwimmen gehört. Ich stand rum. Alex, die Luftbläschen sind von dir. Das ist, weil du den Trank anhast. Das sind so komplette Partikeleffekte. Ja, natürlich. Aber ich bin trotzdem nicht rumgeschwommen. Ich war die ganze an deiner Stelle. Das ist doch egal. Du hast Blubbläschen, wenn du einfach unsichtbar bist. Meine Fresse, da hast du nie einen Unsichtbarkeitstrank benutzt. Nur einmal. Ja, und dann hast du... Nee, der hat ja gerade gesagt, da waren Geräusche um mich herum. Ich hab nichts gemacht. Ich stand rum, da kommen keine Blubbläschen-Geräusche. Du hast auch keine Geräusche. Und auch keine Schwimmgeräusche, wenn man sich nicht bewegt. Boah, Alter. Du machst einfach Blubbläschen. Ich stand einfach nur rum. Egal, wo du bist, was du machst. Wenn du unsichtbar bist, dann machst du solche komischen Blubbläschen. Ja, aber ich mach auch keine Geräusche. Ja, das ist doch egal. Er sieht die Blubbläschen. Die hat er nicht gesehen. Er hat gehört. Weißt du, mit Geräuschen weiß ich nicht genau, wo einer steht. You know what? Noch nie. Ich hab geboppen auf euch. Ich geh zu den anderen. Okay, viel Spaß. Ciao. Und ich bin gleich wieder da. Und er hat den Kanal gewächst. Achso, so meinte er das. Lass schnell den Kanal verschlüsseln. Das wäre natürlich fies. Dass er bloß nimmer reinkommt. Ja. Wir machen unseren Inzest-Kanal auf. Äh, wieso Inzest? Wir sind nicht verwandt. Ja, näher. Wir preisen das hoch. Äh, an. Ah, okay. Da bist du ja dabei, ne? Das ist nicht geil. Ja, nee. Keine Ahnung. Können wir machen, ne? Läuft. Äh. Ja, nee. Machst du Schiss oder was? Nee, ist nur so. Nee, danke. Inzest habe ich irgendwie was gegen. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Sagen wir mal so, dass, ähm, ja, keine Ahnung. Magst du deine Familie. Darwinistisch gesehen nicht ganz so perfekt, ne? Magst du deine Familie etwa nicht? Das hört sich an wie der Kannibale, der gesagt hat, ich mag deine Mutter nicht. Dann isst wenigstens den Salat. Nächste Runde. Oh ja, das ist natürlich geil. Nächste Runde. Nächste Runde. Dann kriegst du keinen Unterschied von mir. Also diese Scheiß-Tränke kosten mega viel Ressourcen. Ich hab keinen Prank dabei. Ich geh grad einfach nur rum. Ohne irgendwie irgendwas. Ohne. Und werd schon wieder gekillt. Irgendwie, äh, du wirst dich gekillt, du bist einfach rausgeflogen. Ah, ich weiß, das ist ja der Punkt. Ich mach jetzt Weltwanderung. Und ich find's heftig, wie schnell ich Essen verliere. Wenn du schlägst, dann ja. Wenn du rennst, dann auch. Ah ja, und Kali hat mich nur gehört. Anscheinend gibt's Schwimmgeräusche auch unter Wasser, wenn man einfach rumsteht. Schwimmgeräusche gibt's, ja. Ja, aber wenn man einfach rumsteht. Ja. Unter Wasser. Warum nicht? Oder wenn du halt hoch und runter schwimmst, dann noch mehr. Das macht dann so... So wie wenn Tiberius sich richtig hart einen runterholt. Nimmt's manchmal aber auch so an wie ein sterbender Oktopus. So leicht gequetscht und... Oh mein Gott, ey. Na, Felix, was brauchst du mit ein schönes Grad? Ach ja, übrigens, Tiberius heißt Felix. Ja, stellt euch vor. Ja, na, ist klar. Wer hat noch ein paar andere Namen? Ich bin der Typ mit den vielen Namen. Ja, das ist aber echt so. So hast du dich bei mir vorgestellt. Ja, zum Beispiel Tiberius heißt auch des Kartoffelkommandos wahrer Chef. Nicht wirklich. Bei uns gibt's keine wahren Chefs. Wir sind beide die Chefs. Also ich nenne dich immer Viagra-Verkäufer. Echt? Wieso Viagra-Verkäufer? Jetzt darfst du dreimal überlegen, wieso. Ich hab dir nie Viagra verkauft.